Von der Vier, Tine. Ball gewinnt für den SV Grünweig, Schwerin und Luisa spielt den Ball zu Ines und daneben. Ball gewinnt für Ines und Luisa geht durch und Tor! Der aktuelle Stand ist 4 zu 1 für Grünweig, Schwerin und jetzt der Stand 5 zu 1. Applaus Applaus Und die Rostocker Trainerin hält schon die Karte für Timeout bereit. Applaus Und noch ein Tor von Tine. Jetzt gibt es einen neuen Meter für die Rostocker. Applaus Und Wiebke Detjen hält erneut den Ball. Und so hat Grünweiß den Ball auch schon wieder verloren durch einen Fangfehler von Marina Froth. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Grün-Weiß-Fermin hat wieder den Ball Und Jessica Becker erzielt ein Tor aus den 9 Metern Und ein 9 Meter für den Rostocker HC Und ein Tor fällt für den Rostocker HC Der Torwart von Rostock hat den Ball gehalten Ich bin gehalten, Nadine Neun Meter für Rostock. Wiebke Detchen hat ihn gehalten, aber leider ins Aus gehalten und jetzt hat der Rostocker hat sie wieder den Ball. Und Tor von Jessi K. Becker. Gute Abwehrarbeit von Tine. Gelbe Karte für Ines. Und starke Halten von Wiebke Detchen, aber leider wieder im Aus. Und über das Tor geworfen vom Rostocker HC. Jetzt hat der Trainer von Grün-Weiß eine Auszeit genommen. Die Gegenseite los. Und über das Tor geworfen vom Rostocker HC. Und dann... Die Gegenseite los. Die Gegenseite los. Die Gegenseite los. Die Gegenseite los. Dankeschön.